Ja und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abende hier in Train Team World 3. Ich bin von meinem Ulla wieder zurück, habe eine Erkältung, deswegen klinge ich ein bisschen komisch, aber wir schauen uns heute die neue Class 700 an, die Daftade Games veröffentlicht hat. Ja, es geht nur um den Drehwagen, es gibt keine neue Strecken, es ist wirklich nur der hier. Und den werden wir uns heute mal im Detail mal ein bisschen anschauen. Ja, gebaut von Siemens, gehört zur Zero City Familie und ist bei Thameslink, so wie jetzt im Original, auch im Einsatz. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen hier mal mit dem äußeren optischen an, vom Modell her. Ich meine, das Library dürft man jetzt leider nicht genau anschauen, weil das ist ein Custom Library von Thameslink mit dem alten Logo. Aber ansonsten sieht der Zug doch eigentlich ganz nett aus. Schauen wir uns mal ganz kurz die Drehgestelle an. Ja, das glaube ich, kann man gelten lassen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Zug von innen an, den Führerstand schauen wir dann gleich zum Schluss an. Da sitzen wir dann eh die ganze Zeit drin. Ja, okay, Interieur hat man wenigstens gut Platz. Nicht so wie in Südafrika im Gautrain, wo ich gerade vor kurzem gefahren bin. Und das ist eine Führerkonfiguration mit Tisch. Wir haben funktionierende Anzeigen hier drin. Das ist eigentlich schon ganz nett. Die Frage ist, ob das auch bei anderen Strecken entsprechend dynamisch angepasst wird. Das müsste man ausprobieren. Habe ich jetzt noch nicht. Gehe Platz für Fahrräder und Co. Die erste Toilette, die wir nicht nutzen können. Auch das kann man soweit gut lesen. Ja, passt. Und komplett durchgängig bis nach hinten. Ja, ich glaube, da haben wir das erstmal soweit. Ja, ich möchte weiter hier fahren. Okay. Noch eine Toilette in einer anderen Konfiguration. Oh scheiße, warte mal. Oben sind jetzt die Türen zu? Oh. Das Jahr war mit Zugdienst aufgeben. Ja, egal. Dann fährt der Zug einfach erstmal. Aber so, jetzt können wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Beziehungsweise wäre es noch interessant, ob wir hier Ansagen hier drin haben. Werden wir dann gleich bei der nächsten Station ansehen. Ja, jetzt ist ja spannend hier. Ja, die Class 700 gibt es in zwei Varianten. Wir haben hier die 700-0. Sprich, das sind acht Einheiten. Dann gibt es noch die 700-1. Das wären dann zwölf Einheiten. Und in der Strich 0, in der wir uns jetzt gerade befinden, haben wir 427 Sitze und 719 Stehplätze. Und die Class 700 hat auf der Thameslink Strecke die Class 319, 377 und 387 ersetzt. Gebaut zwischen 2014 und 2018 gibt es momentan von dem insgesamt 115 Stück. So, jetzt würde ich mal gern zum Führer standen nach vorne. Es ist relativ ruhig hier drin. Aber der Triebwagen ist auch in der Realität nicht sehr laut. Also, ich habe es in London schon gesehen. Oha. Die Neigung ist ja mal nicht ohne. This is Stone Crossing. favourite thing. Keine Ansage. Ich glaube... Ich sitze mich mal... Ich sitze mich mal hier hin. Wenn es denn geht. Kann ich mich gar nicht hinsetzen. Sehr interessant. Ach, hier. Stonecrossing next. Greenhit. Und Sven's Combe. Na komm. Mach doch eine Ansage. Okay, das war jetzt schräg. Da haben wir einen kurzen Sound. Okay, drüben wir die Tür auf. Macht. Ah, nee, nee, nee. Guten Tag. Darf ich dann später auch wieder fahren. Vielleicht ab der nächsten Station. Ja, hier Führerstand. Relativ modern. Warum ist die Tür da offen? Ich mach dir mal zu, ne? Und wir haben keine Ansagen. Ist jetzt auch der Baki weg? Ja, das war wegen der Tür, die da offen gewesen ist. Ja, dazu kann ETCS Level 2. Wir haben auch ein ATO-System. Sprich, er kann von komplett selber fahren. Ist aber hier leider nicht umgesetzt. Bin ich irgendwie schade. Aber in TS Classic, glaube ich, kann man mit ATO fahren. Ja, also ich werde dich gleich mal verjagen. Zumindest probiere ich das. Ja, die Leute sind wieder gut drauf. So. Ja, ich möchte mich hier reinsetzen. Sehr gut. Richtungswender bitte noch nach vorne. Das ist drin. Lichter sind auf Tageslicht. Jo. Ach ja. Wir haben hier zwei Systeme. Oder theoretisch zwei Systeme. Wir haben einerseits ein Third Rail, mit dem wir jetzt gerade unterwegs sind. Und wir könnten auch mit Oberleitung fahren. Wenn wir wollten. Ach so. Was ich jetzt gerne noch hätte ist... Bitte einmal unisolieren. Ansonsten irgendwas isoliert. Machen wir auf normal. Okay, das passt. Süddele. Türen verriegeln. Los geht's. Ah, warum nicht? Was gefällt dir jetzt noch nicht? Türen sind zu. Ah, warte mal. Yes, I know. Wieso lässt du mich jetzt nicht wahren? Was ist jetzt falsch? Ich sehe den Fehler jetzt gerade nicht. Warte mal. Noch mal kurz zurücksetzen. Ah. Was ist jetzt los? Türen da noch alle zu? Hä? Ich hätte jetzt erst vorsehen was eingeschalten, was ich nicht einschalten soll. Das ist DAA. Das ist normal. Nö. Keine Ahnung, was er jetzt für ein Problem hat. Ähm, ja. Okay, sehr schräg. Ähm, ich würde sagen, ich starte mal ganz kurz neu. Und fahre nochmal bis zu der Station und dann sehen wir uns da gleich wieder. Ja, also, bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Ich habe genau das gleiche gemacht wie vorher. Ähm, und jetzt fährt der Zug. Also, keine Ahnung, was da los gewesen ist. Ähm, was ein bisschen schade ist, wir hätten eigentlich ein Kamerasystem, um zu sehen, was jetzt draußen passiert. Aber leider nicht umgesetzt. Finde ich schade. Wäre eigentlich noch ganz praktisch gewesen. Wäre, glaube ich, hier bei den zwei Monitoren normalerweise. Naja, ist wie es ist. Okay, Türen verriegeln. Machen wir noch. Und dann weiter zum nächsten Ort. Bremsen bitte lösen. Und. Hartgas. Ich mag irgendwie das Pfeifen, wenn der Zug hier losfährt. Das hat irgendwie was. Erinnert mich irgendwie so an einem Turbo. Also, 0,7 Meilen bis zum nächsten Halt. Dann haben wir noch unseren Spaß Display. Ein paar Sachen von dem funktionieren sogar. Also, sie Brightness können wir hier einstellen. Automatic Dimmer. Der, glaube ich, geht nicht. Cup Air Conditioning. Air Conditioning. Automatic. Machen wir mal Ventilation auf Medium. Ja, ich meine, hat eh keinen Effekt. Ich glaube, wir sollten hier mal anhalten. Ich lasse mich einfach zu leicht ablenken. Südlärm. Schauen wir mal, dass wir eine Punktlandung hier hinkriegen. Nein, ja. Oh, ich sehe gerade. Ich habe die Lichte vergessen. So, Tageslicht. Passt. Also, was haben wir denn hier noch so? Gehen wir hier mal wieder raus. Ja. Fotomodus geht nicht. Train Config. Poling Mode. Das tue ich jetzt mal nicht anklicken. Slow Speed Control. Können wir ein- und ausschalten. Das lassen wir mal aus. Abkuppeln wir mal nicht. Confirm Configuration. Und Close. Ansonsten. ECO Info geht nicht. Options geht auch nicht. Event View geht auch nicht. Was haben wir hier oben? Ah, okay. Disable Regulative Brake. Enable Automatic Brake Test. Geht nicht. Snow Brake Mode. Könnt man einschalten. So, die Türen sollen wir wieder zumachen. Was haben wir dann hier noch? Das geht nicht. Das auch nicht. So, wir fahren erstmal wieder los. Okay. Und die anderen Menüs? Ne. Also es ist tatsächlich nur das hier und das hier. Was wir hier oben machen können. Okay. Also ein bisschen was am Info Display funktioniert. GSM-A ist nicht. Zugzielanzeige geht auch nicht. Mal hier drinnen Licht. Yes. Uh. Das mit der Spiegelung sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und was wir hier vermutlich nicht erreichen werden, ist die Höchstgeschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde, beziehungsweise 160 kmh. Aber in der Beschleunigung ist es jetzt nicht gerade der schnellste Triebwagen. Das mit der Leistung. Das mit der Leistung. Svenskom Gleis 2 um 37. Ja, das glaube ich könnte ein bisschen enger werden hier. Jo, da war nicht wirklich zu schnell rein. Ja, das glaube ich endet nicht gut. Alte Marker überschritten. Bleiben wir halt bei der 12 stehen. So, aufmachen. Ich glaube, ich hätte gerne mal die Anzeige hier. Ansonsten Spielzeuge, Windschutzscheibe, Intervall. Okay. Langsam. Und schnell. Gut, schmal wieder aus, brauchen wir ja auch nicht. Das ist ein Backup. Keine Ahnung, was Backup macht. Wir lassen mal auf aus. Ah, das war der Modus-Umschalter. Je nachdem, was für System wir haben. DMU-Umschalter lassen wir mal. So. Tür zu. No-Fleet-Gleis 2. Aber ich würde so gerne mit dem ATO-System mal fahren. Sanden. Ja, okay. Warnblinker funktionieren die? Ja, die funktionieren. Würdest du dann vorhalten? Was machst du denn damit? Schauen wir vielleicht an. Okay, das ist jetzt da hinten. Und das ist Hauptlicht. Okay. Ah, wir sollten hier anhalten. Ich sollte mich mal auf das Fahren konzentrieren. Okay. Wunderbar. So. Tür auf. Sehr gut in der Zeit. Gefällt mir. Ja, ansonsten. Türsteuerung, Sicherungen. Nochmal Türsteuerung. Das war's. Das einzige, was wir hier noch haben, ist die Sonnenblende. Ja, bleibst du oben. Dankeschön. Ja gut. Dann glaube ich, haben wir erstmal alles gesehen, was man so sehen kann. Ich glaube, ich hätte gern diese Kameransicht hier. Beziehungsweise. Ich möchte mal gern mal das. Ähm. Wo ist unser Zug? Ach, da ist unser Zug. Okay. Okay. Ich möchte mal ganz kurz das Anfahren anhören von außen. Bitte einmal verriegeln. und voll Gas. Ja, durch. Klingt ungefähr so, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja, also abgesehen von ein paar Simulationsabzügen, glaube ich, gefällt mir der Triebwagen. Und für 1899 Geld, ja, kann man machen. Also sie können was Gutes rausbringen, wenn sie denn nur wollen. Wobei es jetzt bei so einem Triebwagen jetzt, ja, nein, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, dass es gar nicht mehr so schwer ist, ähm, da was zu verpucken. Jetzt nur schade, dass sie die 12er Konfiguration nicht mit dabei haben. Da kommt irgendwann 30 auf uns zu. Ja, schon sieben Meilen gefahren. Wahnsinn Strecke. Und die 30 ist da wieder beim Tunnel, ich bin mir gar nicht so sicher. Ah, interessant. Der Wechsel zwischen Tractive Effort und Breaking Effort in der linken Anzeige. Also eins habe ich ja nicht vermisst. Und zwar ist es die Hitze jetzt hier momentan. Es war in Südafrika viel angenehmer, so bei angenehmen 20 bis 25 Grad. Und daheim heißt es jetzt wieder schwitzen. Alles klar, dann bitte die Türen aufmachen. Ah, ich brauche ja noch ein Thumbnail. Mal schauen. Machen wir da ein Fudum mal. Ja, das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. So, wie schauen wir hier drin aus? Alles leer. Ne, da ist jemand. Ja, ich setze mich ja schon wieder hin. Mein Gott. Beziehungsweise eine Sache, weil ich jetzt noch testen möchte ich jetzt losfahren. Jetzt möchte ich mich interessieren, ob ich sofort die Bremsen reinhaut, sobald ich aufstehe. Ne, macht er nicht. Alarm fängt erstmal an. Aber ich gehe mir davon aus, dass wenn ich jetzt länger weg bin, dann würde ich eine Notbremsung machen. Was machst du hier? Ich bin jetzt so unterwegs und die Uhrzeit. Ja, kann man machen. So, da leh. Vollgas. Nächster halt. Hi-Ham. Bis wohin fahren wir? Ist es Hi-Ham? Ja, ja. Ja. Ich will doch nur da die Endstation sehen. Gut, ich könnte auch anders nachsehen, aber ich wollte es eigentlich von der Anzeige hier hinten haben. Aber ich glaube, ich werde da nochmal ein kleines Custom-Szenario machen. Auf einer anderen Strecke und dann schauen wir mal, ob die Anzeigen da hinten sich entsprechend anpassen. Am besten, glaube ich, ich glaube, ich nehme mal eine deutsche Strecke. Einfach nur zu sehen, ob er es dann von selber irgendwie holt. Oder ob das nur auf den englischen Strecken geht. Oder ob das nur auf den englischen Strecken geht. Oder ob das nicht? Oder ob das nicht? Irgendjemand blockiert uns auch die Strecke. Was soll denn das? Da kommt ja nicht die Güte zu. Sagt man zwar wieder grün, aber ich sehe es nicht. Ja gut, gehen wir halt mal wieder Vollgas. Moin Kollege. Oh, der ist ja nicht mal beladen. Oh, hä? Wo war denn jetzt das Signal? Okay, ich habe nicht aufgepasst. Was zum... Was soll denn das jetzt? Hä? Hä? Warum... Hä? Warum hast du dich jetzt zurücksetzt? Was soll... Hä? Okay, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Also ich fahre noch nicht mal mit dem Rail-Driver. Und die Ansage ist da voll rausgespeichert. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Ist da irgendwas ausgerüstet, was ich... nicht hätte machen sollen? Ich habe nichts angefasst. Sachen gehen von alleine kaputt hier. Ah, ich hoffe, das war eine einmalige Sache. Da vorne ist auch eine Plattform. Ah, Mann, wir sind zu spät. Moin Kollege. So schön wie weiß auch ist, aber es ist eigentlich eine echt schlechte Farbe. Ein wenig Schmutz und Kuh. So, da leh. Einmal die Türen bitte auf. Ja, cool. Sogar einmal so angehalten, dass ich den Monitor theoretisch sehen würde. Aber ich habe eigentlich meine eigenen, die nicht funktionieren. Immer diese Sparmaßnahmen. So, da leh. Türen zu. So, was wir jetzt mal machen werden. Ich werde jetzt mal ein kurzer Custom-Szenario machen. Und mal schauen, ob dann die Anzeigen sich entsprechend anpassen oder ob das nur bei bestimmten Strecken geht. Also, bis gleich, liebe Leute. So, liebe Leute, ich habe ein Custom-Szenario gebastelt. Und ja, wir sind jetzt in Bochum. Und ja, mit einer deutschen Bahnlackierung, die überhaupt nicht blendet. Die Anzeige da oben funktioniert schon mal nicht so wie geplant. Aber, wir gehen jetzt mal in den Zug rein. Ja, wir gehen mal in den Zug rein. Die Anzeige funktioniert tatsächlich da. Wattenscheid, also nächster Halt, Essen Hauptbahnhof, Mülheim Hauptbahnhof. Also, die tut sich tatsächlich anpassen bei Custom-Szenarien. Also, finde ich echt nicht schlecht. Also, das wechselt dann auch wieder. Distrain-Terminats at Mülheim Hauptbahnhof und dann geht es dann weiter mit Distrain-Calls at und so weiter. Also, sehr cool, dass das dynamisch funktioniert. Schade, dass die Anzeige vorne nicht funktioniert. Okay, dann fangen wir mit dem mal eine kleine Runde. Wir dann hier mal komplett entriegeln. Und gehen hier mal auf Tageslicht. Boah, dieses Weiße ist so unglaublich blendend. Und einmal zu, so wie auch hier die Tür zu. Hallo, hier zu. Machen wir es jetzt hier. Okay, Abmarsch. Ja, also, das Weiße ist echt ein bisschen furchtbar. Da hätte ich vielleicht ein anderes Weiß genutzt. Das ist unglaublich blendend. Sicherungssysteme lasse ich jetzt mal aus, weil es ist einfach nur zum mal kurz ein bisschen die Experience haben. Ah, und wir können da nochmal 160 fahren. Mal den ganzen Zug ausfahren. wäre eigentlich noch witzig, wenn der Tacho umschalten würde, von den Einheiten her. Also, könnte ich mir schon mal bei der Dewey vorstellen. Ich glaube, so viel arbeiten mehr als ja nicht, dass man den dann in Deutschland umfahren kann. Ja, also, für 1899, wenn einem der Triebwagen gefällt, warum eigentlich auch nicht. Also, es gibt von mir mal einen Daumen nach oben. Haben sie soweit gut gemacht, bis auf ein paar kleinere Abzüge, aber ansonsten muss ich sagen, Amstau ein gutes Adon rausgebracht. Ich bin erstaunt. Ja, das nächste Mal hole ich mir da ein anderes Livery. Ich habe übrigens auch gesehen, rein von der Konfiguration her, gibt es den auch in Doppel der Ausführung, sprich 2x8 Wagen. aber halt nicht in der 12er Variante. Schau dir. So, Höchstgeschwindigkeit. Ich würde das Ding nur noch anhalten. Ich glaube, da kann ich mal hart bremsen. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt. Jo, da werden wir voll drüber schießen. Gut, werden wir mal drüber schießen, kann ich mir kurz was anderes angucken. Kriegst du das jetzt gerade schon mit, dass wir da drüber sind? Na komm. Schalt um. Das, oh. Er hat's mitkriegt. Okay. So, wie viel drüber sind wir denn? Ja, ein bisschen. Ja, okay. Es war jetzt eh ein Primär, eher nur ein Test für das da, ob das funktioniert. Aber ja, mir gefällt der Triebwagen. Nett, dass wir jetzt auch die 700er drin haben. Hat was. Hat was, hat was, hat was. Wie gefällt euch der Triebwagen? Werdet ihr euch den holen? Ja oder nein? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Und wenn ihr mit dem fahrt, dann fahrt besser als ich. Und nicht macht ihr so blöd, wie ich hier. Ja, coole Sache. Coole Sache. Mal schauen, was das nächste kommt von Navtele Games. Bis dahin, ich wünsche euch weiterhin eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen. und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.